Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys, die DAX-Analyse für Donnerstag, D29.8.2024. Ja, und unser DAX hat es geschafft, ist über die Linie drüber gekommen und hat ein freudiges Ereignis vor sich, passend zu meinem ersten Geburtstag, könnte man schon fast sagen. Vor einem Jahr haben sie mich ja hier quasi gerettet, da saß mal kurz nicht gut um mich aus, der eine von den ganz, ganz, ganz wenigen Tagen in den letzten Jahren, wo es am Folgetag mal kein Morgenanalysevideo gab, weil es mich mal einmal kurz ins Krankenhaus verfachtet hat mit Brüchen in der Wirbelsäule, Füßen, beide Seiten, linker Fuß gebrochen, rechts alles gebrochen, da saß mal wirklich nicht gut aus, aber wird alles wieder gut nächste Woche sind dann auch ein paar OPs bei mir, mal gucken, wie ich das dann mit den Analysen hinkriege, da kommt nämlich der ganze Krempel jetzt wieder aus und zum DAX, zum DAX, auch unser DAX hat was zum Feiern, zwar kein Geburtstag, ja, aber den zweithöchsten, die zweithöchste Tageskerze aller Zeiten, ein Ausdruck von Kraft, Zuversicht und Hoffnung an die deutsche Wirtschaft, Glauben an die deutsche Wirtschaft und die Unternehmen, die im DAX gelistet sind, so zumindest suggeriert es uns die Börse, so zeigt es uns auch der Chart an. Viele von euch werden es wahrscheinlich anders sehen, ja, die Mehrzahl der, ich sag mal Trade there, also die, die auch aktiv mit Hebelprodukten rumhandeln, sind ja eigentlich diejenigen, die eher lieber shorten, ja, es ist einfach so, das ist statistisch belegbar und es ist auch wirklich so, man merkt das ja auch, die Leute haben viel mehr Spaß daran, wenn es fällt und eben auch viel mehr Schwierigkeiten, wenn es denn dann steigt und deswegen bemühen wir uns ja da immer auch die Leute eben mitzunehmen und auch an die Hand zu geben, klar zu sagen, wenn er über einer Marke bleibt, dann kann er eben noch weiter erreichen und wenn man das mal so zurück, die ganzen Analysen zurückguckt, die ganzen letzten Analysen zurückguckt, hat er jeden Tag jetzt immer und immer und immer wieder nicht ansatzweise diese unteren Triggerpunkte bespielt. Das Einzige, wo man mal war, mal hier der 550 hier irgendwo angetippt hatte, wo man gesagt hat, wenn er unter die 550 fällt, kann er sich nach unten was aufmachen, wenn er 55 nimmt und einfach noch hochdreht, ansonsten ist er einfach nur immer wieder nach oben geliefert und geliefert und so kann jetzt zum Donnerstag eben dann auch ein neues Allzeithoch folgen. Und das zum September, nee, August haben wir noch, statistisch schwacher, mit der schwächste Börsenmonat überhaupt, neues Allzeithoch. Das wäre natürlich ein ordentliches Programm, aber es ist hier definitiv machbar aus der Situation heraus. Unser DAX steht jetzt über dem Abwärtstrend, also wir haben schon ein bisschen, wir haben ja gestern über so eine Beschleunigungsmöglichkeit gesprochen, wir haben ja schon ein bisschen ein, ein, etwas mehr Fahrt hat er aufgebaut, ein bisschen überhitzt, dann sind er mal gar noch wieder schwach geworden, dann haben wir ein bisschen Lampenfieber gekriegt, da oben so ganz alleine im Rampenlicht, da wollte er sich noch nicht aufs neue Allzeithoch stellen, vollkommen okay, ein bisschen zurückgefedert, aber auch schön auf den Support aufgesetzt, wir hatten ja auch bei uns in den Updates, das mit angeführt, 800 Supports und die 27, 37 da und zack, von dort wieder hochgedreht, also ist alles legitim und im Rahmen und wie gesagt, er bestätigt halt immer wieder nur auf der Oberseite die Sachen und so würde ich jetzt zum Donnerstag eben auch erstmal rangehen, ich kann mir vorstellen, dass der Donnerstag schön, wobei die letzten Donnerstagen schön geschwankt haben, wir erinnern uns an letzte Woche, die war dolle enttäuschend gewesen, na, erinnere ich mich richtig, das war da so eine übelst träge Nummer hier, guck mal, das war letzte Woche Donnerstag, da hatte ich so hohe Erwartungen und dann hat er da einfach noch zur Seite gelümmelt, der Lümmel, ich denke, hier kommt ein bisschen mehr Bewegung rein, die Frage ist jetzt, wie schön kriegen wir die Schwankung, im 2-Stunden-Chart ist leider der Chart kaum noch brauchbar hier, dadurch, dass er auch so straight hier durchzieht, das sieht einfach hässlich aus, er würde am liebsten auf dem H4 immer umspringen, dass wir hier ein bisschen in eine Bereinigung reinkriegen, allerdings macht das wenig Sinn, da kann man auch gleich auf den Tagesschart gucken und von daher würde ich hier jetzt einfach nur mitnehmen, dass wir hier noch ein Gap haben, aber auch das sehen wir am Tagesschart, wir haben Hochspitzen auf der 700, 670, 670 ist ein Support, ja 670, die 700 als Gap-Close, ja und dann müsst ihr schon erstmal eine ganze Etage weiter, weil dann wird es erst wieder um 4,50, 4,80 und rum interessant, sodass man zum Donnerstag eigentlich sagen könnte, dass wenn er schwächer reinkommt oder sich deutlicher eintritt, die ideale Anlaufzone bei 700 und 670 liegt, also dieser Zone, 700 bis 670, 18.670, das wäre dann eigentlich so eine schöne Zone, wo er nach unten reintreten könnte, um sich dann eben auch wieder aufzudrehen und dann müssten wir hier in den Tagesschart gucken, um neue, ne, ne, müssten wir auch nicht, kriegt man hier nicht, da haben wir keine weiteren Ziele auf der Vorseite und hier im Stundenchart ist es auch dann erst nur die 89 und dann schon die 19,050, ja da hilft uns, ja, ja, müssen wir so annehmen, müssen wir so annehmen, ja, das heißt, wenn unser DAX hier rammeln will, wenn er in die Übertreibung mal ein bisschen Druck aufbauen will, wird es ihm natürlich leichter fallen, sich nach oben zu entladen, denn das ist natürlich klar, wenn so eine Bewegung so durchspritzt hier, was machen alle Privatanleger, die instinktiv handeln, in so einer Bewegung, die stehen schon seit Ewigkeiten short drin, weil ihnen der Markt zu schnell gestiegen erschien, das ist immer so, sonst sieht auch eine Bewegung nicht so aus, wenn alle lang drin sind, der hat hier unten halt die Leute alle richtig verrückt gemacht, haben es ja immer wieder auch drüber gesprochen, wie krass präsent das war und wie viel Angst eigentlich auch so, da war ja, dass selbst Nachbarn und Leute da auf mich zugekommen sind, die sonst nie sich dahingehend gemeldet haben, so, da hat es bestimmt ordentlich Leute reingestellt, ne, es gab auch einige, die da geschrieben haben, sie haben ihre Depots reduziert und komplett die Depots glattgestellt, naja, und jetzt ist der komplett durchgezogen, die Leute, die hier die ganze Zeit drinnen short gesessen haben, haben in der größten Wahrscheinlichkeit ihre Exits vollkommen verpennt, nämlich hier in dem Pullback-Niveau, wo er das Pullback-Niveau überlaufen hat, das ist halt eigentlich so eine Stelle, wo man dann sagen könnte, okay, dort, dort kapselt man jetzt Short-Versuche ab, halt, ne, weil entweder dreht er dort nach unten weg und er rennt wieder nach oben durch und geht an die obere Kanalkante zurück, dort werden es viele verpasst haben, weil die Nachrichten lag ja noch so negativ war und sie sich gedacht haben, naja, gut, dann gehen wir tiefer und dann hat er diese lange Kerze durchgesteht, damit war die Idee, okay, ich komme da unten noch raus, erstmal erledigt, weil diejenigen sich dann sagen, okay, dann warte ich, bis er wieder da unten ist und dann sitzen die halt jetzt immer noch da und warten und jetzt geht es langsam ins Bedrohliche, dass die Positionen anfangen, wehzutun, aber eben auch noch nicht das Genick gebrochen haben, weil dazu müsst ihr über das Allzeitdruck drüber, um die ganzen K.O.s zu schmeißen, wahrscheinlich sogar kurz über die 19.000 drüber, ja, um die Leute eben rauszutreten und deswegen haben ja die Seminarteilnehmer damals, weil sowas eben üblicher passiert, üblicherweise eben passiert, wenn Abwehrtrends brechen, diesen Pfeil eben auch hingesetzt und ich muss sagen, momentan fühlen wir das stark, also die Leute drumrum fangen jetzt an zu zweifeln, vor allen Dingen auch, ne, das ist der Abstieg, das ist viel zu steil, das muss doch mal zu runter kommen, da fehlt doch noch eine Korrektur, andere sagen, haben wir geschrieben, ja, andere Analysten sagen, der muss jetzt auf 18.000 zurück, bevor er weiter steigen kann oder neues Allzeitdruck machen kann und sowas kriegen wir momentan, aber das ist nicht diese Phase, in der der Markt üblicherweise dann tatsächlich auch einknickt und vollkommen zusammenbricht, das ist eher die Phase, wo die meisten auf der Short-Seite rausgeflogen sind bereits, sich long ausgehätscht haben oder irgendwelchen so einen anderen Quark und ich glaube einfach, dafür fehlt noch ein Stück, ja, und von daher, ich würde so am Donnerstag auch so, wie die Leute drauf sind, ähm, denken, da kommt noch was, der Schmerzpunkt ist noch nicht getroffen, glaube ich, da hat viele Leute richtig an den Eiern und ich habe euch das damals auch schon gesagt, ne, die, ähm, die Kommentare wären aggressiver in solchen Momenten dann, auch wenn der Markt schöne große umkehren setzt, das haben wir hier unten ja auch sehr deutlich bei uns auf dem Kanal wieder gesehen und das fehlt ja auch hier oben jetzt so, dieses Auskotzen, dieses alles Scheiße und, äh, Martin, du bist so der schlechteste Analyst von allen, das fehlt hier momentan gerade noch so ein bisschen und deswegen würde ich schon denken, dass wir durchaus das Potenzial am Donnerstag hätten, auch drüber zu gehen, also auch per Tagesschluss vielleicht sogar drüber zu gehen, ja, müssen wir mal gucken, wie er sich anstellt, auf jeden Fall würde ich persönlich oberhalb von 800 erstmal noch die Brille Richtung Allzeithoch sehen, grundsätzlich haben wir dort eine Doppeltop-Chance, ja, der Markt kann sich von dort ordentlich eindrehen, ist für mich aber erst relevant, wenn er von dort eine rote Tageskarte wegstellt, vorher würde ich da noch nicht viel drauf geben, ja, ähm, ja, wie gesagt, Ziele oben ansonsten, die, äh, ähm, wir hatten jetzt ein 1898 als, 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 äh, letztes Allzeithoch, demzufolge wäre er so 18,950, 18,980, so eine typische Station, an der er oben ein bisschen, naja, tricksen kann, für diejenigen, die dann noch schnell aufs Allzeithoch, äh, sag ich schon, aufs Allzeithoch auf die 19.000 safe hintraden wollen, ja, die haut er gerne mal so ein paar Punkte vorher nochmal an die Pfanne, dreht sich dann so aus dem Bereich um 9,50, 9,80 erstmal nochmal deutlicher weg, holt dann aber wieder Schwung und rennt dann meistens sogar direkt durch, durch so eine große symbolische Marken und das sind eigentlich so die Dinger, wo dann alle nochmal Short gehen, weil jetzt ja diese große psychologische Marke angelaufen wird, ähm, auch viele von denen, die hier schon Short sind, dann auch Short nochmal ausbauen und dann muss er meistens noch so, ja, 100, 200, 300, 400, 500 Punkte laufen, bis dieses, bis dieses Kitten dann im Kopf wirklich umsetzt. Das wäre zumindestens typisch, natürlich kann immer alles anderes passieren, ja, aber das wäre einfach üblich in einer solchen Situation auch auf so eine Bewegung, wie es der DAX machen würde, wenn er wirklich drehen will, wenn er wirklich richtig dolle drehen will, macht er es üblicherweise, keiner kann das auch anders machen, aber üblicherweise macht er es so, dass er dann halt wirklich hier noch eine ganze Latte wegstellt und da passt der Pfeil eigentlich schön rein, ja, das heißt Donnerstag so eine 19.000, äh, ja, 19.000 klingt viel, ja, 19.050 klingt wirklich viel, aber wäre grundsätzlich machbar, ja, würde ich so als obere Kante schon mitsehen. Ansonsten rechne ich tatsächlich dann eher so mit was, 950, 980, das denke ich wird gar nicht mal ohne so viele Probleme erreichbar sein, er muss dafür nur durch die 98 durch kommen, ja, muss nur durch die 98 durchkommen, das ist jetzt so der Knackpunktbereich, ansonsten haben wir auch so ein 2-Stunden-Chart gesehen, ist unten eine 700, eine 670, Support, der kann uns nach oben, ähm, unterstützen und erst drunter wird es dann ein bisschen, ähm, bröckliger nach unten wären, 650, 600 und tieferes, aber ich glaube so die zentrale, zentrale Komponente ist so die 670, 700, ja, dort grüne Stundenkerzen wieder nach oben, wenn er eine kleine Korrektur reingestellt hatte, äh, wäre zum Beispiel auch eine schöne Methode, um nach oben raus nochmal ein bisschen was zu probieren, okay? Und ansonsten brauche ich hier, um ihn nach unten anzuzählen, definitiv eine rote Tageskerze oder auch mal so ein Doji, wir hatten jetzt letztens auch irgendwo ein Doji mal stehen, wo wir gesagt haben, okay, wenn er da drunter geht, könnte er sich nach unten was aktivieren, hat er ja aber auch nicht gemacht, er geht ja immer nur weiter oben und für weiter oben wäre jetzt, bleibt über 18.800, weiter Richtung Allzeithoch, 8.90 und auch drüber, ja, 9.50, 9.80 und dann 9.50 rum, das sind so die nächsten Stationen auf der Oberseite. Ja, Freunde, macht was draus und für diejenigen, die hier wirklich richtig scheiße am Aussitzen sind, ich glaube, jetzt kriegt man es eh nicht mehr gerettet, dass entweder hat man jetzt Glück und kommt noch mit einem blauen Auge davon, aber man muss dann auch wirklich den Arsch mal zusammenreißen und dafür sorgen, dass man künftig sowas nicht mehr macht, ja? Also so Tage, Wochen lang Minuspositionen da aussitzen, gegen die Bewegung drücken, das, ach, das, ich kenne das gut, ich habe das früher auch gemacht, aber es bringt halt nichts, ja? Es bringt das nicht, aber mal hat man Glück und wird gerettet, ja? Und dann beim nächsten oder übernächsten Mal tut es dann aber so dolle weh, dass wieder die ganzen Gewinne weg sind und das ist einfach viel zu schade um die Zeit halt, ne? Man guckt und beschäftigt sich so viel damit und dann macht man wieder so eine, so eine tolle Position, wo man ein Stop-Loss rausnimmt und das einfach mal liegen lässt, weil das ja jetzt diese große Trade kommen, werden könnte, der alles verändert, ja? Und Scheiße ist, der verändert alles, ja? Weil er es alles noch schlimmer macht und das ist auch immer so, das ist halt, naja, so und damit lasse ich es dann auch, ähm, ampuliere an die Vernunft und ein vernünftiges Risikomanagement, wer keins hatte, macht es beim nächsten Mal besser, ja? Versucht euch da stetig zu steigern und damit lasse ich es auch gut sein, wünsche euch viel Erfolg am Donnerstag, gutes Kling und bis morgen. Tschüss!